Servus Freunde, was geht ab und willkommen bei einem neuen Video. Ja Freunde, wir haben gerade Besuch im Wohnzimmer, sprich unser Wohnzimmer ist gerade voll Leute und ihr kennt es ja bei Kurden immer, es gibt immer Tee und ja Leute, Tee ist jetzt fertig und das ist übertrieben heiß und ich werde die jetzt alle pranken, indem ich jetzt, ich hole die zweite Kanne, fülle die mit Wasser und wenn ich nach vorne gehe zu denen, kippe ich so um. Ihr könnt es ja sehen, wie warm das hier ist, jetzt nehme ich das andere. Jetzt muss ich ein bisschen schauspielern. Ey Mama, Tür auf! Was machst du? Nimm mal weg, das ist heiß! 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 Nimm mal weg! 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 Nimm mal weg Schnell, ich hab Tee in der Hand! Ah, fuck! Ey, 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 ey! Nimm mal, nimm mal, nimm mal! Hämmer dich! Nimm mal! Hämmer dich! Oh mein Gott, hab ich verstanden! Ja, Freunde, ich bin jetzt hier mit dem Babo Babo Wasser! Es geht ab! Leute, guten Morgen erstmal! Wir sind jetzt auf dem Weg nach Berlin, also erstmal zum Bahnhof. Und ich würde sagen, wir sind uns gleich am Bahnhof wieder, Freunde! Dort sind noch zwei Affen, die werdet ihr auch gleich sehen. Und ich würde sagen, bis gleich! Peace! So, Leute, wir sind jetzt am Bahnhof angekommen, warten jetzt auf den Zug. Und guckt mal, welche zwei Chaoten hier sind, Leute! Ihr seht ja richtig motiviert, Jungs! Cool! Normal steht man erst in 50 Stunden auf. Jo, Leute, was geht ab? Ähm, wir sind jetzt im ICE, Freunde! Ich hatte den ganzen Tag nur zwei Stunden Schlaf, Freunde! Ich war vorhin die ganze Zeit so topfit gewesen, als ich aufgewacht bin, obwohl ich nur zwei Stunden Schlaf hatte. Und jetzt hier im Zug... Pff, meine Augen, Leute, ich krieg die kaum noch auf, Alter! Jetzt habe ich mich hier so hingesneakten. Wauwos, hier! Wauwos! Auf jeden Fall haben wir nur noch eine Stunde und dann sind wir in Berlin und ich versuche jetzt mal eine Stunde die Augen zuzumachen, wenn das Ganze überhaupt klappen sollte. Wir fahren jetzt erstmal zum Hotel, Freunde, und dann geht's zur Arena. So, Freunde, wir sind erst im Hotel angekommen, jetzt 10-15 Minuten relaxen, Alter, und dann geht's direkt weiter. Der Babo ist gerade da hinten am Scheißen, Freunde! Und dann... Und dann kannst du deine Tür nicht abschließen! Leute, wir sind seit öfteren im Moto One Hotels und egal in welchem Hotel wir sind, es... die Tür von der Toilette kann man nie abschließen! Ich weiß, was für ein Problem die ihr habt! Und wenn ihr das Video seht, macht man scheiß Schwester, Alter! In Stuttgart war schon keine Chance, jetzt schon wieder keine Chance, was soll das? Boah, Alter, egal, ich bin jetzt wieder mal beschäftigt! Unser Bus ist jetzt schon da! Früher als gedacht, Bock konnte ich meine Augen zu machen! Bus wartet schon da unten! Und es geht direkt los, Freunde! Wir sehen uns gleich in der Adidas Base! So, Leute, wir sind jetzt im Bus hier! Der Sino, der Babo, der Juri, schäm dich nicht! Und der Axel, und da hinten sind noch die anderen Guys! Ja, Leute, wir fahren jetzt zur Base! So ein Bus ist schon geil, ne? Ja! Kannst du uns auch einen holen? Ja, das ist auch ein! Lass mal auch einen Bus holen Sie doch! Lass mal auch einen Bus kaufen! Wollen Sie auch auf dem Video drauf sein? Hä? Wollen Sie auch auf dem Video drauf sein? Wer ist drauf? Auf dem Video! Auf dem Video! Servus, Leute, was geht ab? Oh! Bei mir ist es halt normal! Wie gesagt, das ist völlig normales Chaos hier! Wie geht's dir? Ja, danke, mir geht's auch gut! Korrekt, Toni ist auch hier! Toni ist auch hier! Kommt mit, Leute! Wir kicken jetzt ein bisschen! Oh! Mein Bus! Yo, Heratsch Fans Girls! Heratsch heute am Start! Folgt mir auf Instagram! Kilian.jonas Abonniert mich auf YouTube! KilianJonas Herratsch ist so ein Fan von mir, deswegen, ihr müsst bei mir vorbeischauen. Und wenn er das nicht reinschneidet, ist er kein Ehrenmann. Das ist der 2.0 der Yusuf-Szene. Oh, das ist der 2.0 der Yusuf-Szene. Achse mit der 5.0. Oh, Junge! Herratsch mit dem... Oh! Jawoll! Jawoll, Alex! Oh, hey, Schiri! 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 Hey! Schiri! Ja, Herratsch! Was ist ein Einsatz von dem Jungen? Tor sein können. Oh, sieh da drunter! Komm Herratsch, Einsatz, Herratsch, Einsatz! Jawoll! Das ist die durch! Jawoll! Jawoll, nein, das ist die durch! Oh, und der Alex mit seinem Eigentor! Wie kann das nun sein oder auch? Jo, Leute, was geht ab? Die ein oder anderen werden sich bestimmt fragen, hä? Hat er sich die Haare gefärbt gehabt oder was? Äh, nein, Leute, ganz kurz. Das ist ein etwas älteres Video. Ich habe damals die Speicherkarte nicht mehr gefunden gehabt. Habe jetzt halt mein Zimmer komplett aufgeräumt und komplett anders gestaltet. Und da ist die Speicherkarte wieder aufgetaucht. Und ich fand das Video eigentlich zu schade, um es euch nicht zu zeigen, Freunde. Deswegen habe ich das jetzt fertig geschnitten, damit ihr das sehen könnt, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, Freunde, würde ich mich wirklich über einen Daumen nach oben freuen. Lasst ein Abo da, es kostet nichts. Und, Freunde, viel Spaß beim Video. Peace! Peace! Ja, was hab ich mich bekommen, in den Globet? Eja! Ich hoffe, es geht nach dem Jungen-Aufz und Laufen oder Laufen! Wann dich? Du bist ja. Du bist ja. Und ich bin ja. Du bist ja. Du bist ja. Du bist ja. Du bist ja.